Loll, da hab ich von der Seite angegriffen, was bist du denn für einer? Loll, da hab ich von der Seite angegriffen. Loll, da hab ich von der Seite angegriffen. Geil, nothing. Was? Hab nix bekommen, hier war so ein Bossmonster-Event gerade. Aber ich hab nix gekriegt und dabei hab ich den meisten Schaden gemacht. Geil, one-hit. Gut, ich krieg jetzt vier Leben dazu. Immer. Nice. Ich kann das mit aber nicht. Ich kann das mit der Seite angegriffen. 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 Das ist toll, wenn ich zwei Wildschweine töte. Ich ziehe sonst Silber durch die Kadaver. 12 war und Hier sind so viele Leute auf dem Brave, ja unglaublich. Hier ist kein einziges Zombie-Gedöns mehr. Aber jetzt. Dr. auf dem Grave her, um ein paar Stunden, da war noch Feuer mit Zombies. Ja kaum spawnt hier, der Einzelne ist tot. Oh, ich habe einen gefunden. Und es hat mich angekissen in meinem Haus. Oh, ich habe mich angekissen. Dieses Game ist eigentlich nichts für schwache Nerven. Ich habe mich angekissen. Ich bin froh, dass hier keine Sword-Mans sind. Oh, Bogen. Ja, ich glaube, ich brauche so einen super, mega krassen Bogen und so. Und du musst vielleicht Bogen skillen oder so. Ja, und du kannst ja die Stärke oder so vom Bogen skillen. Ja, Mann. Voller. Ich habe dir auszusehen, anstatt meinen Anfänger-Shirt habe ich dir eins meiner guten Spieler gegeben. Ja. Kreise. Deswegen mache ich so wenig Dämmen. Zweiten Schluck. Okay. Kommt noch. Ich kriege noch acht Köpfe. Da eingetreten. Ich mache so viel an, aber du kriegst da fast nichts. Alter, der Typ mit seinem Pferd hier nervt. Er verschreckt mir die Zombies mit seinem Rumgelaufe. Ich nehme ihn an. Okay. Ja. Okay. 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 Das war's. ein schlag tot wenn es aber schon voll schwer ich muss jetzt mal dort ich habe jetzt auch genug gold glaube ich ja Titten wacke, Titten wacke Genug Titten gewacke Geblieben Wenn du das nicht annimmst dann nicht Nicht du Es ist halt Elf in Deutschland Eigentlich haben wir elf Das war's für heute. Ahem. Man sollte glauben, in der Stadt ist man sicher, oder? Eigentlich ja, ne? Ahem. 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 So, die machen ein Duell in der Stadt. Ja, plötzlich ist ein Duell, ist ja keine kriminelle Sache. Ich bin jetzt bei dem Typen, der kauft, äh, der, 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 äh, Dings kauft. Köpfe. Genau. Und ich fühle mich nochmal, hundertfach ist leichter. Jetzt glaube ich noch mit dem Vendor, gebe dem mein ganzes Kupfer und lasse es gegen Silber umtauschen. Okay. Okay. Ah! 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 Ich habe es geschafft, meinen Haustit zu überladen. Lol. Santa? Ja. Mehr konnte er nicht tragen, Santa. Oh. Wir sind fast zusammengebrochen. 40.000 Kadava sind halt schwer, ne? Weißt du, wie viel das liegt? Sehr viel. Mal gucken, wie viel Geld ich dafür kriege. Naja, weil du bedenkst, wenn du vier Wildschweine kriegst, kannst du eigentlich schon knapp 1 bis 2 Gold kriegen. War zu länger als ein Wildschweine, aber sicherer. Naja, ich werde von den Viechern immer instinkt gekillt. Ich nicht. Ich krieg voll viel Schaden von denen. Ich nicht. Indem ich einmal angreifen, dann habe ich vielleicht 10%. Bei mir ist schon fast ein Viertel Leben weg, bei mir. Bei mir vielleicht ein Zwölftel oder sowas. Könnte das zum Beispiel so ein Punkt sein, von wegen, weil du eine andere Klasse hast? Kann sein. Weil ich ja was anderes geh jetzt. Außer aus. Bounty Hunter. Der Typ will Bounties. Ey, der Typ heilt den, ich will auch geheilt werden. Ich weiß nicht was mein es ist. weil ja alles was vor 50 kombat range habe ich auf level 11 nahkampf auf 60 brawling ich glaube das lagen habe ich auf 58 und was habe ich auf 60 oder hier die hauptkategorie kombat habe ich auf 60 und bei technik pilz habe ich auf 60 und maneuvering habe ich auf 53 und docking habe ich auf 60 blogging warte was für ein blogging enden oder blocken auch hier habe ich block die blogging normal habe ich auf 60 und glöckchen 18 als secondary habe ich auch auf 18 und blogging selber habe ich nur 25 aber zu welchen auf food speed auf level 60 breiten habe ich auch schon fast auf 60 lol was ihr wichser was denn wo denn er hat mir meine fünf gold geklaut warte sechs ich lasse jetzt angreifen losgarten wo denn was denn der wix hat mir mein gold geklaut weiß ja nicht wo ja der läuft weg man wie schnell ist der du würdest mir sagen der ist heruntergesprungen zu sterben was denn da ist der ist der wichser gilt ihn wo ist er fighting level so ein wichser ey wofür habe ich jetzt die ganze zeit gefarmt umsonst nein weiß ich hab nichts außer geld und was macht er er klaut mir das geld da ich habe ihn nur ein wichser läuft er hin und so ein arsch auf missgeburt ich kriege ich meinen freund ich kann keine gas auf ihn hetzen weil er nicht mehr grau jetzt ist jetzt wieder blau komischerweise wie schnell ist jetzt hey komm her du wichser unglaublich wie viel schaden er mir macht nein ja 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 du ein homo weißt du wofür fahr mich ja mein schwert liegt bei mir liegt im wahrenhaus hat sich ja gar nicht mit das ist mein guter schwer ja 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 da Deinen Taschenpuppen? Deinen Skrill? Weißt du, er hat mir nicht 1 Gold geklaut? Nein, er hat mir 6 Gold geklaut. Aber wie ich an den Skrill reingaufe, weiß ich nicht. Weiß aber nicht. Was musst du kaufen? Und wie musst du farmen? Und wie? Ja, wirst du gekillt. Geht nicht, unmöglich. Alles gut. Was das Geilste ist, ich stehe vor dem Priester und sagte mir, nö, ich tue keine Kriminellen heilen. Ich hab ja nicht die Ghats auf den geschickt. Nein, die Ghats sind behindert. Da liegt der Wixer. Kann aber nichts machen. Ich werde eh gekillt, wenn ich das jetzt mache. Oh. Ja, ist er. Obwohl er mich gekillt hat gerade. Der Satan ist nicht kriminell. Der Satan ist nicht kriminell. Hm. Mir ist egal, ich hab eh nichts zu verlieren. Ich hab eh nichts zu verlieren. O. O. Das war Gerder, ich hab eh nicht zu verlieren. Und kann die Liebe gehen, wenn du es nicht, hätte ich wenigstens ist. Ich trage mich zu nehmen. Das war Gott. Ich habe zu dir hingekommen. Oh, hier ist ein Mörder unterwegs. Ja, ich. Nein. Aber ich hatte ihn ja nicht getötet. Ja. Der droht. Amt. Der droht. Der droht. Der droht. Der droht. Da hört die ganze Zeit voll krass und ich werde dafür sogar geheilt ist klar Dann kommen wir noch sowas rein und ich habe einfach die ganze Zeit mit meinem Billigschwert an, was ich eh die ganze Zeit habe Ah super, die Gards, ja wow, Gards, tot Oh ja Ah 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 Oh ja Oh ja Ah 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 Ich schnei... Ist der überhaupt ein Leif? Eifer Wurde ja nichts, der AFA oder was? Auch schon wichtig Ja weißt du und das Dümmste daran Denn der Typ ist nicht schuld Also er hat mich zwar gekillt, aber er wird als blau und damit als Unschuldiger markiert Christian Ähm, er hat uns Wir haben Mike und Link sind vor allem gefahren und er hat uns von einer Firma in Dings in Gostock getroffen und die hat uns gefahren Sonntag um 18 Uhr in Kiel ein Firmen-Treffen machen Nee, das ist unsere Firma Weiß ich nicht Weiß ich nicht Wollten wir das Ja oder nein Sachen sagen Ja, dann mache ich halt jetzt eine Veranstaltung Das war ein Lader aus unserer Firma und wenn nicht, dann Pech gehabt Hörer Ahm Wird das mit Mike und so? Mike hat gesagt ja Ja Weißt du Weißt du, mich kriegen diese Guards immer nicht Was soll so Gehindert er Ey Weißt du, in so einer Mörderstadt oder was? Könnte ich das ja noch verstehen Aber in der Anfängerstadt Kann man durchreiten hoffen, dass Das wird Was ist das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh! Ah! 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 Die sind schon heavy. Geht sie jetzt? Was? Wird mir. Anderbar. Wird es halt schwerer gehen. Geiler. Geil, ich bin Staubau. Geht euch mal wieder. Geil, ich bin Kaiser. Geil. das game sollte umbenannt werden in impossible lag oder total unfair ich lebe wieder und der leckerer aufgeführt ich hätte fröhlich und glücklich eben locker flockig in einer anderen stadt sein können aber nein kommt so ein arsch, beklaut dich, kill dich und er bleibt blau blöe blöe Noi Wie der kommt hier raus Du hast hier draußen nichts verloren, du scheiß Vieh Argon Geht wieder runter Ey lol Ah doch, ich wusste es doch Er schmeißt mich vor Hallo Hallo Oh Nö, dass der Spaten, der mich eben gekillt hat Wie heißt der? Also der Zombie, der mich eben gekillt hat So Vor allem der hat eine ultra krasse Range Das ist unglaublich Ich denke zwei Schwerter hat eigentlich irgendeinen Vorteil Ja Besseres blocken Auch An salud Ja Oh. 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 Satya? ein klo wo war sie nach vor der fährt ja einmal so eine nackte boxen sich ist aber sofort gekillt wenn der grau ist voll schlimm Alp, hast tot Guck mir den Boxkampf zu Irgendwo ist gerade jemand gestorben Ich sitze im Graveyard am Lagerfeuer Und bin mich am Aufheilen Ich sitze im Graveyard am Lagerfeuer Ich sitze im Graveyard am Lagerfeuer Und bin mich am Lagerfeuer Ich sitze im Graveyard 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 am Lagerfeuer Ich kann auch komischerweise nicht mehr mein volles Leben bekommen Ich sitze im Graveyard am Lagerfeuer 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 weil er beachtet mich gar nicht rennt einfach weiter voll kaputt und der rennt einfach weiter ich kann auch nicht mehr full life kriegen krumm oh leute voll viel hunger ja weil du haßt und schlafen dann esse ich eben Würmer die machen mir nicht viel weniger hunger powerbundet Oh, hey, 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 hey. Jetzt kommt das, mach ich, geh ich gleich wieder hin, verkauf die Köpfe, hab wieder mein Gold, geh wieder durch das Tor, werd er wieder verklauen. Oh, hey, 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 hey. Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020 Glaub ich dir. Oh. Hey, Christian, du kannst doch bestimmt mal gerade auf den Kopf kommen. Nein, ich bin... Dann gebe ich dir die Köpfe, du verkaufst die und gibst mir das Geld. Ganz warm. Dann nehmen wir ihn dann hier vom Frieden. Okay. 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 Oh man, dieses... Ja Wie Mount-Händler Ja, wo ist denn der? Ja, wo ist der wohl? Ich meinte, da wo ich den Mount-Sachen hole Sattel und so Ja Ja, halbe Stunde kannst du rechnen, weil ich ultra langsam bin Ja 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 Das war's für heute. Ich bin gerade am Tor angekommen. Hi. Und ich renne schon. Die sollst du nehmen und damit zum, dem Typ. Oh, was packt denn hier? Wie soll ich das jetzt machen? Das Ding schmeißt mich doch runter. Ich bring dir gleich Taschen. Ich probiere es. Ich habe dir. Ich kann meine E-Mail. Das dauert ja weh. So, dass ich mich... Oh, wow. Oh, was packt denn hier? Oh, was packt denn hier? Ach, das ist doch nicht nachher. Ach, das war's. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ich hab meine E-Mail zurück. Oh, ja. Oh, ja. Das war's für heute. Ja, wo bist du denn? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich springen level, wenn ich vom Pferd fliege. Ich komme immer so gut 10 Meter weit, dann fliege ich vom Pferd. Nein, ich habe gar nichts dabei gerade. Wurde doch getötet. Mein Gott, du scheiß Pferd, kannst du mich nicht einfach? Echt? Jetzt kurz vor dem Marktplatz. Denen am Bad, äh, an seinem, äh, Aquat, ne, äh, Badehaus mäßig da. Ja. Aua. Lol, du hast ein Pferd? Was ist das denn her? Lol. Macht hab. Lol. Hättest ja auch sagen können. Irgendwann auch die ganze Zeit früh, weil ich da aufkomme. No, open back. Da fährt jetzt hast du 24, da, äh, 44 Köpfe im Sattel gedöhnt. So, let's go. Wiese. Großen Bags. Ich hab richtig tief in der Tasche gedrückt. Weil da hat's für den guten Sattel nicht mehr gekostet. Was hat sich das Pferd gekostet? Sechs Gold. Äh, fünf Gold, fünf. Silber, so. Hat einer billiger. Nächste kostet sechs Gold. Und was ist das Gold hier? Also... Was meinst du, was ich die ganze Zeit auf dem Friedhof gemacht hab? Ich war ja bestimmt nicht zum Zugucken. Ach so, ich dachte, oh, was... War die ganze Zeit Gold fahren. Ich hatte nix, äh, äh, eigentlich. Car. Pferdchen, Equipment, open back. Was, Coman, Spam? Was will der denn? Ja... Spint manchmal. Ich denk das. Ja, es passiert mir auch immer, wenn ich gerade Guards brauche. Spint mein Chat heute. Cache ist besser, oder? Als Köpfe. Genau, ich hab dafür gerade mal... ...drei Gold gekriegt und ein bisschen Silber. So. Hähnwürdig Köpfe. Aber warte, ich muss gerade noch... Krass. Ich muss gerade nur Kupfer in, äh, Silber umtauschen. Und dann Silber in Gold. Du hast eigentlich, äh, du kannst eigentlich am besten Geld verdienen von uns allen. Weißt du warum? Weil du ein Tamer bist. Wenn du Pferde holst, kauft jeder. Ähm, erstmal tame lernen. Ich hab auch so einen komischen Schlüssel gefunden, aber ich weiß nicht, was er mir bringt. Probier den jetzt mal hier vorne an so einer Kiste, an so einer alten. Oh, ich hoffe das ist nicht kriminell. Okay. Willst du's ausprobieren? Okay, der Key passt nicht. Hm, keine Ahnung. Okay, äh, so, ich muss jetzt nochmal gerade, ähm, zu diesem einen Slum-Bank gedöhnt. Weil da mein ganzes Zeug liegt. Das ist ja auch meine Richtung. Ich glaub dir nur ein Stimm-Klenko. Ja, hol ich mich später. Kommst du noch mit zu Slum-Bank? Warte unterwegs. Weil einer ist gerade voll vom Pferd geflogen. Äh, ich war's, ne, ich auch nur zwei. Ah, äh. Hi. Du warst von mir grad für Akrobatik schon wieder. Was will der Typ denn? Ja, der greift uns nicht an, oder? Ich packte sie. Hier wurde ich beklaut in diesem Tunnel, Mann. Ich nicht. Ich war schneller als ich. Aua. Nein. Garth hört mich an. Warum greift mich ein Garth an? Äh, bist du nicht blau? Nein. Hä? Ja, Mann. Äh, ich krieg hier gleich die Krise. Warum? Warum? Wackerspiel. Wackerspiel. BTF. Die Garth haben dein Viech gekillt. Oh, Mann. Ey. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Das ist das Spiel. Ich hab darauf echt keine Lust mehr. Ey. Ey, da baut man sich so eine Scheiße auf und dann kommen solche Scheiß-Garze. Ey, leck mich. Das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal. Ich hab das letzte Mal. Ich hab das Fold uns neben mir zum Ruka und auf einen Rauke und da.